Die Achim-Glück-Show Achim-Glück geht wieder auf Sendung. Offensichtlich, wir haben ihn aber heute noch nicht gesehen. Wir werden ihn im Laufe der Zeit noch suchen. Und wir schauen uns erstmal jetzt mal rum, was hier so auf der Party steigt. Viel Spaß dabei! Der Achim ist ein bisschen spinnet, sagen wir mal. So sagt man es in Bayern zumindest. Ich kenne ihn aber auch anders. Also wir sind dicke Freunde. Achim-Glück anders? Können Sie da konkreter werden? Das interessiert unsere Zuschauer garantiert. Achim ist ein Exzentriker, was Radio angeht, was Medien angeht. Aber den Achim, den ich kenne, das ist der ganz normale Mensch. Und der ist ganz anders. Der ist sehr sensibel, sehr zurückhaltend. Auf der anderen Seite kann man Achim zum Beispiel nicht anlügen. Er entlarvt jede Lüge sofort. Er ist unheimlich clever. Das muss man wirklich sagen. Und er ist sowas von denkschnell. Das habe ich selten erlebt. Bei Motor FM wird er wieder aufblühen, weil er das machen kann, was er immer machen wollte. Und weil man ihm nicht reinreden wird. Und insofern passt er wunderbar dazu. Okay, jetzt werde ich mal ganz leise an jemanden ranpirschen, wo ich gehört habe, gerüchteweise, das ist der Cheffi vom Ganzen. Gucken wir mal, ob das auch stimmt. Vielleicht blamiere ich mich vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Muss ich einmal hier noch jemanden... Bitte, bitte. Kamerascheu? 2 Minuten. Lass mich erst das Essen ganz kurz. Okay. Bitte. Wir warten. Wir warten. So viel Infos, die du mir gerade gegeben hast. Möchtest du abschließend noch irgendwas ganz Wichtiges sagen? Naja, aber es war schön, dir helfen zu können. Also Versuch Nummer 2. Es wurde mittlerweile aufgegessen. Der letzte Schluck geht jetzt auch langsam runter. Richtig. Und es ist frei. Wir können anfangen. Ist es für Motor FM vielleicht... Wird das Risiko richtig eingeschätzt, dem Herrn Glück hier eine Sendung zu geben? Was meinen Sie? Ich denke mal, es gibt schon Befürchtungen, was es anbetrifft, ob das harmoniert. Aber in letzter Instanz, denke ich, ist es ein Versuch wert. Wir sind nicht formatiert. Wir können machen, was wir wollen. Und im Grunde, ja, lassen wir uns einfach mal drauf ankommen. Wenn es nicht funktioniert, dann ändern wir was dran. Und wenn es funktioniert, freuen wir uns alle. So, es ist soweit. Wir haben ihn erblickt. Wir haben ihn gefunden. Achim, Glück ist da. Und wir schleichen uns hin. Er ahnt noch nichts von seinem Ha-Ha, von seinem Glück. Und da haben wir ihn auch hier schon live vor Ort. Es ist tatsächlich rechtzeitig fertig geworden. Die Sendestart-Party kann pünktlich stattfinden, ja. Aber es gibt noch kleine Schwierigkeiten. Was ist passiert? Hast du heute schon geduscht? Hier haben wir sie gefunden. Regina Mayer von LTV hier bei uns zu Gast. Auch mit heute bei Achim. Aber da verblasst Achim, ja, zur Randgestalt eigentlich. Ja, ja, genau. Also, Regina Mayer, heute hier dabei. Ich muss erst mal wissen, für wen ich hier rede. Ja, TV, Internet, Fernsehen für Baden-Württemberg sind wir. Okay. Ja, das ist nett. Warum sind wir heute hier? Ja, wir feiern ordentlich, ne? Achims neuen Start. Das stellen Sie mal einständige Fragen, junger Mann, ja? Jetzt weiß man ja nicht, hat man sich hier bei Motor FM, wen hat man sich da nur ins Boot geholt, oder? Ist doch ein bisschen die Frage, die da so im Hinterkopf schwebt. Wie lange bleibt es so? Wie lange ist Achim Glück auf Sendung, bis der Chef sagt, hups, ach, das ist der Achim Glück? Nee, glaub ich nicht, nee. Wenn man sich, es gibt nur einen Achim Glück. Wenn man sich den ins Boot holt, dann weiß man, was auf einem zukommt, dann weiß man auch, was passiert. Und ja. Ja, ich hab's halt dringend nötig, genauso wie der Friedemann, gell? Was? Wir sind tierisch Mikrogeil. Ich nicht. Ja, eh nicht. Aber ich und Kamerageil. Mikro und Kamerageil. Trotzdem frage ich mich jetzt natürlich, ist man sich hier im Sender dann auch im Klaren, wen man sich da überhaupt an Bord geholt hat? Na ja, das ist ja... Ja, also, dass der Sender von mir erpresst wird durch meine Show, das ist ja mal klar, weil dieser fucking Drecks-Scheiß-Sender ist ja ohne mich überhaupt gar nichts wert, ja? Was will denn dieser Scheiß-Laden ohne die Glück-Show? Können die gleich abschließen hier, ne, Friedemann? So ist es doch, oder? Kann man doch so sagen. So ist es doch. Alles klar, dann würde ich sagen, wir zwei gehen jetzt erstmal ran in die Häppchen und dann schauen wir mal, was der Tag heute noch bietet. Häppchen, okay. Häppchen. Gehen wir mal in die Häppchen. Ciao. Aber du bist doch sicherlich geknebelt, du darfst ja keine F-Wörter sagen, darfst mir nicht wütergegeben. Ich darf alles machen, alles. Alles machen? Der Laden gehört ja mir. Da bin ich gespannt, wie sieht es denn aus? Welche Schlagzeile in der Bild-Zeitung werden wir denn in naher Zukunft haben? Gar keine, weil die Bild-Zeitung uns totschweigt. Das ist ja so, ihr seid ja die große Ausnahme, Kollegen unterstützen uns ja nicht. In Stuttgart wird man ja totgeschwiegen von den Kollegen. Wir senden doch noch gar nicht. Wir senden doch überhaupt gar nicht. Nehmen wir mal, ich habe schon jemanden gesichtet. Uli Bier, die Stimme Thomas Gottschalks, ganz bekannt früher von Altenne. Darf ich mal ganz kurz die wichtigen Gespräche unterbrechen? Die wichtigen? Sie wollen schon gehen, habe ich gehört. Wie kommt das denn? Hat doch gerade angefangen. Das liegt daran, dass sie zwei Kinder hat und die darauf warten, natürlich auch, dass die Münder gestopft werden. Alles Ausrede. Du könntest ein Häppchen mitnehmen. Häppchen, so wie ich sehe, die Platte ist glaube ich leer. So viele Häppchen gab es gar nicht. Wie nennt Harald Schmidt Privatfernsehen Minderheitenprogramm? Nee. Unterschichten Fernsehen. Unterschichten Fernsehen. Ja. Ja. Kollege vom Unterschichten, vom untersten Unterschichten Fernsehen. Unterstes Niveau. Unterstes Internet. Da haben wir uns ja hier jetzt versammelt, da haben wir uns gefunden. Am Boden der Niveaugrube hier. Also da wo Achim Glück ist, ist es eigentlich immer gute Stimmung. Sei es auch manchmal ein bisschen explosiv. Aber so muss Achim sein. Nimm doch mal Kinder auf. Kinder bringen immer Einschaltquote. Na, die Zuschauer wollen ja jetzt wissen, wie sieht die Sendung bei dir aus. Warum soll ich mir die anhören? Warum soll ich einschalten? Du sollst überhaupt nicht einschalten. Auf dich kann ich verzichten. Auf so einen Tübchen. Aber die Millionen, die jetzt da auf der anderen Seite von der Linse sitzen. Ja, auf die kann ich auch verzichten. Ich muss niemanden überreden, meine Sendung einzuschalten. Das machen die Leute freiwillig, weil sie mich lieben und auch ich liebe die Fans. Ich liebe meine Fans wirklich. Es birgt ja auch ein gewisses Risiko. Ich meine, es gab ja früher in der Vergangenheit schon so gewisse Probleme mit gewissen F-Wörtern etc. Er hat ja gesagt, er hat ja alle Freiheiten der Welt. Glauben wir ihm das? Also erst mal, dass alle Freiheiten der Welt er hat, das braucht er auch. Und die berühmten Worte, die du gerade angesprochen hast, ich glaube, die Jahre haben sich ja auch verändert. Das heißt, die Medienlandschaft hat sich verändert. Man braucht ja heute nur mal ins Fernsehen schalten, rumzappen. Die Worte wie Ficken und Scheiße oder was, das ist ja einfach, das ist salonfähig heute. Regina, du willst mir doch nicht widersprechen. So was sagt man doch nicht. Was? Bumsen oder was? Hörst du auf! Gut, dann bin ich mal gespannt, mit welchem Kracher dann eröffnet wird. Ja, mit gar keinem. Wir fangen ganz normal an. Da bin ich, ich war ja auch noch nie weg. Erzähl keine Märchen, ganz normal. Ich war auch noch nie weg. Warst du nie wirklich weg? Nein, ich habe nur eine kleine Pause gemacht. Ich nenne das gar nicht Comeback, weil ich nie weg war. Deswegen ist es auch kein Comeback. Ich war ja noch nie weg. Ich war wirklich nie weg gewesen. Das heißt, es ist auch gar kein Comeback, weil ich war ja auch nie weg. Deswegen kann es ja auch kein Comeback sein. Wir finden auch den Schuldigen raus, der das Mischpult sabotiert hat. Ja, vielleicht besteht da der Hauch einer Chance, dass wir da irgendwie noch ein bisschen früher auf Sendung kommen, wenn wir den Fehler gefunden haben. Wenn wir das wollen, überhaupt. Ich bedanke mich für den Support und ich wünsche auch Ihrem Sender alles Gute. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Bis dahin.